Immer noch sehr schön Schweinenasen über ein Ding ins Kirchen. Fällt das Wort gerade nicht ein. Level, ja, das ist ja so ein komplexes Wort. Das fällt einem schon mal nicht ein, das passiert öfters. Oh, eine Erinnerung. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit tausend Schlüsseln geöffnet werden. Ja, okay. Okay, da wisst ihr es. Schenkt eurer Freundin doch einfach mal eine Haarlocke. Mein Herz, meine Liebe zu dir. Scheißegal, hier ist eine Haarlocke. Oh, ich liebe dich dafür. Das macht Sinn. Das werde ich direkt ausprobieren. Gleich heute. Morgen suche ich mir dann eine neue Freundin. Hahaha, witzig. Ja, setzen wir doch diesen spannenden Kampf weiterhin fort, der so viel besser ist als der Kampfspiel von dem Spiel, das ich nicht nennen darf, weil das Schleichwerbung wäre. Ja, Batman. Was habe ich nicht gesagt? Habt ihr missverstanden? Irgendwie. So, Bossfight, los geht's. Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich, ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Sehr gut. Das macht mir sehr viele Hoffnungen. Einfach mal auf Traumvision zu hören. Ja, ja. Aber bitte mit Sahne. Danke. Bitte. Und, äh, bitte sterben. Jetzt irgendwie ganz schnell. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, der isst mich nicht. Ich bin nur ein kleines Mädchen. Das ist in Deutschland verboten, nicht zu essen. Kann es sein, dass das Spiel gerade etwas lauter ist? Ah! Ah, das Spiel ist bestimmt nicht zu laut. Ich werde wahrscheinlich nur wieder alles neu starten müssen. Neu synchronisieren müssen. Und hast du nicht gesehen? Alter, kann man den auch irgendwie entkommen, geht das? Ist das im Bereich des Möglichen? Ich hänge fest. Ich hänge fest. Das macht dir so viel Spaß. Geil. 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 Geh weg. Geh weg. Du fühlst doch kein Unbehag in mir gegenüber, oder? Oder habe ich nur so ein Gefühl? Ach, dann wüsste ich doch einfach mal. Deine Mutter hat dich nicht geliebt. Nettes Gesprächsthema an der Seite. Einfach mal so während eines fetten Kampfes. Ali hat das Spiel schon längst durch. Schon seit Monaten. Und ich krebs hier immer noch hinterher. Der hat später sich angefangen. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Das muss man doch. Nein. 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 Es hat geklappt, Alter. Alter. Es hat geklappt, Alter. Oh krass. Jetzt fängt er damit wieder an. Ah, ja. Alter! Stub! Geh bitte sterben! Bitte! Ich rede in einen extra hohen Ton damit! Lass mich in Ruhe! Man verweist sich da! Keine kleine Mädchen. Deswegen schreie ich auf die Eins. So. Wir gehen jetzt mal einfach hier. Ciao. Leckt mich alle. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Eine Flasche! Ich hätte jetzt große Lust, die einfach nicht aufzuholen. Und ich schwöre, die nächste werde ich auch nicht aufheben. Weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Ah, hier sind die Steine. Ah, die rammeln nicht! Geht weg! Ihr Schweinsgesichter! Alter! Alter! Verpisst euch! Nein, nicht ziehen! Ich hab doch gar nicht F gedrückt! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Alter! Jetzt! Mann! Alice, du bist das dümmste Stück! Geht doch! Einfach mal! Bitte sterben! Bitte! Alter! Ich krieg das... Ich krieg das nie auf die Kette. Ich merk schon. Ich werd heute schon wieder unheimlich aggressiv. Heute ist schon wieder so ein schöner Tag. Froh Locket, alle! Pfeffer ins Auge! Verpisst dich! Mann! Nein! Mann! inquiz absent! Mann! Mann! Mann Alter! Mann! Mann! kann das hier auch irgendwie sterben oder hat das so im kern eingebaut ja unsterblich hallo sterben bitte nimm doch sterbehilfe du asoziale geburt sorry da geht doch einfach mal bitte sterben alter das gibt es nicht nein 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 jetzt lass mich du homo führst ich komme nicht mal raus er frisst mich das gibt es nicht ich bin gerade in rage modus klar ich komme nicht raus ja physics rauch dankeschön dass du alles zum ruckeln trinkt ich liebe dich nicht so wirklich ich kann nicht weiter dass ich den nicht treffe oder dass ich den nicht töten kann und wo schießt alles hin nein geh doch einfach bitte sterben sag mal alice hast du irgendwie viel wasser getrunken heute jetzt fängt er wieder damit an ja friss mich doch noch mal danke bitte jetzt lande ich schon wieder in dieser ecke hb c d e f 4 h j k l o p geil voll gekocht jetzt hat es geklappt ach stimmt jetzt beginnt der erste zweite level geil 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 ja tot geil ja ja natürlich will möchte ich ja eigentlich muss ich oh gott ist ein wenigstens irgendwas gespeichert natürlich nicht ich darf alles nochmal von vorne machen gut dann willkommen ist das tot wir kommen nicht drüber mein kopf ist so sowas von rot fick dich flasche ich habe keinen bock auf dich nein ganz ehrlich du kannst mich mal voll fett am arsch mit ja ganz ehrlich das sage ich jetzt auch einfach so weil diese flasche machen keinen sinn das ist einfach so das ist bewiesen und fertig was bringt eigentlich diese kette gar nichts sehr geil ja springen 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 zu irgendwas acheln was ja von mir ist auch sterben genau und noch eine rein vielleicht jetzt noch eine rein wenn wir schon dabei sind ja oh ja gibst mir oh ja oh ja oh ja oh ja das ist regnen aber nicht du weißt ja jetzt wird er wieder damit wo geht alles hin genau zu ihm die steht doch auf ihm sagt mir doch nix das ist doch witzlos ich mein wenn man hiermit anfängt zu zielen dann braucht die kamera erst mal drei sekunden bis sie zentrieren kann Und sie kommt hier nicht hoch. Und oh ja, Gips mir. Spritz mich voll, du Schlampe. Oh Mann, Alter. Jetzt, das gibt's nicht. Hat dieses Gegnermodell zwei Angriffsmodien? Zwei, höchstens. Vielleicht auch nur eine. Oh ja, diese Attacke war schon so lange her. Ja, das ist ja schon 30 Sekunden her gewesen. Fick dich, du Hure. Hä? Hä, der hat mich jetzt gar nicht gefressen, oder was? Jetzt kommt die gleiche Attacke. Das war ja auch schon wieder fünf Sekunden her. Da muss natürlich nochmal gestartet werden. Hier kommst du nicht hin, du Arschgeburt. Ja, friss. Friss, du Hure. Alle hassen dich. Guck deinem Gesicht, ey. Beziehungsweise deine 400 Gesichter. Ey, hier ist tatsächlich so eine tote Zone. Jetzt kann ich den zuspammen. Ist ja geil. Mann, ey, jetzt fängt er an mit Feuer an. Tschüss. Yeah, voll die Taktik. Ich werde es übrigens... Ich habe auf meinen Bildschirm gespuckt. Hoppala, habe ich tatsächlich eine Flasche eingesammelt. Das wollte ich gar nicht. Ähm... Ich habe übrigens... Ich werde das auch nochmal im Battlefield erwähnen, weil so wenige das Alice-Ding gucken können. Was macht er da? Ja. Ja. Was wird das? Ja, soll er mal kurz machen. Mal ein bisschen Dampf ablassen. Da, jetzt ist er müde. Auf die 12. Und wieder weg, und wieder weg, und wieder weg, und wieder weg. Komm, komm. Hey, FFPS. Pierre. Zack. Komm, ich schuze auf die Welt. Ja, voll. Who's your daddy? Who's your daddy?